Guten Morgen Los Angeles, ich bin euer Mr. Mennan1974 und dies sind jetzt so die Highlights der Bethesda Pressekonferenz und nein, die konnte ich nicht live sehen, die war 4 Uhr morgens, also das ist jetzt sozusagen die Zusammenfassung. Ich bediene mich einmal des Live-Tickers von PlayNation und den Videos von IGN, die habe ich mir jetzt gerade einmal angeguckt, das kann man schnell machen. Ich glaube die Pressekonferenz ist geschnitten, irgendwie auf YouTube, 55 Minuten habe ich gesehen. Das könnt ihr euch ja mal selber reinpfeifen, ich werde euch das einfach verlinken. So, kurzes zu den Fakten, also wie gesagt, 4 Uhr ging es los, dann gab es erstmal Präsentation, 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 das kennen wir ja. So, dann kam schon die erste Überraschung, sage ich mal, davon habe ich noch nichts gehört und ihr wahrscheinlich vielleicht auch noch nicht. Quake Champions, also ein neuer Quake-Teil, im Trailer sieht man natürlich nichts, außer dass es aussieht wie Quake. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht verbocken wie den Multiplayer von Doom, wobei es ja irgendwelche Leute gibt, die finden den ja total toll und feiern den, aber ganz ehrlich, Quake Arena ist eine andere Sache und Quake Champions wird wahrscheinlich so eine Art zweites Quake Arena. Ja, dann kam irgendwie so ein Rückblick auf das Jahr 2015, da können wir uns mal relativ einfach sparen. Als nächstes kam dann Elder Scrolls Legend, auch da siehst du im Trailer nicht viel, also den braucht ihr euch eigentlich nie angucken, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von irgendwelchen Cutscenes. Ja, ist ein Trading Card Game, also Hearthstone jetzt auch von Bethesda, brauche ich jetzt nicht, aber nun gut, haben sie auch gemacht. Dann haben wir von, haben, ging sie auf Fallout 4 ein, es gibt neun DLC neben Snooker World, dann wird Fallout auch für HTC Vive erscheinen, ist wahrscheinlich für euch total interessant, denke ich. Und das Einzige, was vielleicht eine ganz, ganz putzige Sache ist, Fallout Shelter kriegt seinen richtigen PC-Ableger mit irgendwie neuen Optionen und neuen Möglichkeiten. Das könnte ja auch was ganz, ganz Nettes werden. So, dann kam das, was eigentlich schon jeder wusste, Skyrim Remastered, kommt dann auch schon am 28.10.2016, ich glaube die meisten Sachen, die sie vorgestellt haben, kommen, glaube ich, nicht dieses Jahr. Ja, das ist wieder so die typische E3-Geschichte, da war EA, glaube ich, ein bisschen pfiffiger. Gut, wie schon gesagt, Skyrim ist Kult und Skyrim jetzt in schön, warum nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich, dass sich noch einer holt, der Skyrim jetzt mit 100 Stunden plus durchgesuchtet hat, ich weiß es nicht. Nein, das könnt ihr ja mal entscheiden. So, dann kam das Nächste, da gab es ja auch schon mal Gerüchte, aber die Gerüchte sind dann ja auch wieder irgendwie verflacht. Prey 2, der Trailer sieht richtig gut aus, der sieht richtig nice aus, die Sachen sehen schön aus. Prey 1 war ja damals gar nicht so schlecht. Prey 2 kann also auch was werden, ist also auch so ein Shooter-Verschnitt, könnt ihr euch mal angucken. Ja, aber wie schon gesagt, da irgendwann, glaube ich, der kommt erst 2017, glaube ich, weiß ich, was ich nenne, im Trailer. Also das ist wieder das Übliche, wir kündigen an und irgendwann kommt was. So, ja, dann gibt es irgendwas Neues zu Doom. Dann wollen sie wahrscheinlich auch ein bisschen was retten. Mann, gut, der Singleplayer ist okay, ja, mehr auch nicht. Aber, naja, das hätte auch besser sein können. Ja, dann gibt es das Neues zu Elder Scrolls Online, gut. Das wird vielleicht irgendwie für Leute interessieren, das ist ganz lustig. Irgendwie haben sie sich aber auch schon beschwert, es gibt zwar Neues und dann gleichzeitig nehmen sie wieder was anderes weg. Also das ist irgendwie auch ganz, ganz seltsam. Ja, dann kamen kurz vor 5 die Abteilung Bethesda VR, wo eben halt das mit Fallout gesagt wurde und natürlich, klar, Doom kriegst du dann auch als VR. Ja, da geht langsam das Trinkspiel, glaube ich, der E3 aus, Virtual Reality, ja, macht ihr mal. Wenn das mal irgendwann so läuft, wie es laufen soll, für den Preis, dass es so laufen soll, wie es laufen soll, dann können wir nachzudenken. Im Augenblick ist es einfach zu teuer und nichts anderes als ein Gimmick, aber gut, bauen wir es mal ab. Ja, 5 Uhr gab es dann das, was auch zu erwarten war, Dishonored 2. Welt sieht schön aus, ist natürlich wieder im typischen E3 Bullshit-Bingo angekündigt werden. Mehr Optionen, mehr Waffen, mehr Tricks, mehr irgendwas, bla bla bla. Ja, ich meine, Dishonored 1 war okay, war putzig, hat sich dann aber, glaube ich, selbst im Game irgendwie ein bisschen verhangen. Weil, wie gesagt, den Hype, den es am Anfang hatte, den hat es dann zum Schluss dann selber kaputt gemacht. Also hier mal gucken, was sie da zaubern. Aber, ja, wie gesagt, Trailer sah okay aus, aber haut jetzt auch keinen irgendwie aus den Socken. Also das hat mich jetzt nicht so überrascht. Ja, wie gesagt, Fallout Shelter für den PC finde ich ganz putzig. Und eben wie schon ein neues Quake, da kann man mal reingucken. Wobei, verbockt ist nicht, Freunde. Also das, dann, glaube ich, könnte es langsam mal machen. Irgendwo gab es dann noch irgendwie ein Gerücht für ein neues Wolfenstein, irgendwie namens Colossal oder so. Das ist aber, glaube ich, irgendwie bei der Präsentation irgendwie kein Thema geworden. Das haben sie ja irgendwie drumherum erzählt. Gut, sollen sie mal. So, das ist jetzt auch Bethesda E3. Und, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Dann heute Nachmittag mit der großen Microsoft-Pressekonferenz. Und die werden ja wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwas Richtiges raushauen. Die müssen was raushauen. Was ganz lustig ist. Was aber man jetzt schon sagen kann, nach der zweiten Präsentation. Gibt es Nintendo überhaupt noch? Also, ich meine, gut, die Wii U scheint total tot zu sein. Aber du hörst auch nichts, dass irgendeiner was für NX oder Sonstiges plant. So, denn sie hauen da jetzt irgendwie dann bei ihrer einen Direct was raus. Aber das fand ich schon bis jetzt sehr interessant. Also, oh, wirklich gar nichts, ne? Wirklich nix. Du hörst nur PC, PS4, Xbox One. Alles andere ist tot. Selbst nicht mal was zu Handhelds, ne? Nicht mal was. Also, sie scheinen auch vollkommen tot zu sein. Egal. Wollen wir mal gucken. Ja, wenn ihr Spaß hattet, ne? Wirst ihr abonnieren, kommentieren, bewerten. Ich bin euer MrWinner1970 und Simon Hans-Song und Nachmittag wieder. Bis dann. Tschüss.